BVB-Frei-Wähler holt sensationelle 15,8 Prozent und ist damit die Überraschung zu dieser Landtagswahl in Brandenburg. Viele Experten waren verblüfft über die fulminante Aufholjagd. Doch wie ist den Freien Wählern diese Sensation gelungen? Erste Analysen kommen zu dem Ergebnis, dass nach den Wahlen in Sachsen und Thüringen vielen Wählern die Augen geöffnet wurden. Denn ohne Regierungsoption sind Wählerstimmen einfach verloren. Unsere Reporter haben Stimmen eingefangen. Ich wähle die Freien Wähler, weil es eine wählbare Alternative in der Mitte der Gesellschaft gibt. Eine Partei, die wirklich von unten heraus kommt und nicht von oben herab und nicht an einem der beiden extremen Ränder steht. Ich wähle BVB-Frei-Wähler, weil es eine Partei ist, die meine Interessen vertritt, die aus dem Volk kommt. Die amte Regierung hat in meinen Augen versagt und ich möchte nicht, dass die AfD zu viel Macht bekommt in Brandenburg. Das sind klare Worte der Wähler. Peter Wider, der Spitzenkandidat von BVB-Frei-Wähler, ist jetzt Königsmacher und kann sich aussuchen, wer Ministerpräsident werden soll. Unser Reporter ist jetzt bei Peter Wider in seinem Wahlkreis, wo er übrigens auch das Direktmandat mit deutlichem Abstand gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch nach Bernau. Wir werden mit dem Ergebnis verantwortungsvoll umgehen. Deswegen erwarten wir Ministerpräsident Woidke und Herausforderer Riedmann zu Gesprächen bei uns, damit wir entscheiden können, wer in Zukunft die Staatskanzlei lenken darf. Und vielleicht machen wir auch ein kleines Casting. Und jetzt mal ernsthaft. Diese Wahlergebnisse mit klaren Verhältnissen für Brandenburg können eintreten. Und zwar, wenn BVB-Frei-Wähler richtig stark wird. Eine Regierung ohne Grün und AfD gibt es nur mit uns. BVB-Frei-Wähler ist die einzige Kraft der Mitte, die mit all dem Mist den Bund und Land in den letzten Jahren verzapft hat, nichts zu tun hat. Wer Ampelchaos, grüne Ideologie und Extremisten in Brandenburg verhindern will, der muss am 22. September BVB-Frei-Wähler wählen. BVB-Frei-Wähler. Brandenburg wählt Orange.